Hallo Leute und herzlich willkommen zu GTA Online. Heute bin ich nicht alleine, sondern ihr seht hier schon, ich bin mit Daydreamer unterwegs. Genau, hallo. Moin Leute. Genau. Wir werden jetzt mal ein, zwei Runden Überlebenskampf, mal gucken, wie lange das wir überleben. GDA, das ist jetzt so unser neues Let's Play. Ich habe ja ein, zwei Mal schon eine Folge gespielt auf meinem Kanal, aber einfach alleine. Die ersten Folgen werden jetzt einfach ganz normale, äh, äh, ganz normale, ich sag jetzt einfach mal so Überlebenskämpfe jetzt sein. Auch bei ihm, schaut unbedingt bei Daydreamer vorbei. Und auf jeden Fall gibt es danach, werden wir einfach so ein paar Missionen machen, mal sehen. Wir wissen selbst noch nie so genau. Äh, ein zweites Spiel ist auch noch geplant. Oh Gott, Alter, da kommt einer. Der steht hier. Die kommt von da drüben. Okay, also das verraten wir euch aber noch nicht, weil... Ich übernehme mal die Gasse. Okay, ja, ich habe da noch mal einen. Ey, Junge, ich komme mit dieser Waffe gerade gar nicht gleich. Ich brauche einen Anzug verschossen. Oh, nee. Haben wir schon wieder meinen Anzug verschossen. Hey, hey, hey. Diesmal zahlen die aber die, äh, die Reinigung, nicht ich. Hä? Oh, ich dachte gerade, ich bin gestorben, ey. Ah, genau. So ein bisschen anzug. Ja, dachte ich auch immer. Alter, neun Kills, was? Das ist in mich gefahren, Alter. Ja, einer ist besser als keiner. Ich würde gerne aber jetzt noch eine andere Waffe, wie... ...eine Stunde vor mir liegt noch mal. Oh, hier AK. AK, genau. Wo ich auch gefunden. Da liegt noch mehr AK. Also, soweit, also soweit ich es jetzt sehen kann, ich glaube, man behält die Waffen Überlebenskampf. Ja, das habe ich vorhin auch gerade gemerkt. Von Überlebenskampf zu Überlebenskampf, ich weiß jetzt gerade... Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, eben. Äh, äh... Alter, das geht. Da lebt noch einer. Ah, jetzt nicht mehr. Meine Schutzweste. Stimmt, die Schutzweste habe ich vorhin auch noch aufgesammelt. Glaube ich auch ganz praktisch. Oh, ja. Kommen welche. Ach, scheiße, ich muss nachladen. Also, ich freue mich auf die Projekte da mit dir. Ach doch. Oh, Leute, kommen die schon mit dem Auto? Ja, ich dachte, das geht erst in der Rittenwelle los. Ja, dachte ich auch. Hast du eine Shotgun? Was war das? Ja, scheiße. Nice. Da vorne kommt, glaube ich, wieder ein Auto. Ja, genau. Ja, die sind tot. Jetzt kommen aber von hier wieder Leute. Alter, ich habe... Oh Gott, von mir kommt der her. Okay, da vorne sind auch wieder ein paar. Aber ich bin ein bisschen, ein bisschen in Panik gerade. Weil ich nicht weiß, wo die sind. Ah, nee, hier. Alter, stirbt doch. Junge, da steht immer wieder auf. So, jetzt aber. Ja, wie gesagt, wir haben selbst noch, glaube ich, nicht so einen großen Plan, was daraus wird. Auf jeden Fall coole Projekte. Das wissen wir. Stimmt. Nice. Das wird auch hier überlebt. Leute, an die zwischenfamiliekindgamer und auch an, ja, meine dann, wenn ich aufnehme. Wenn ihr mitspielen wollt, fragt einfach. Ja, genau. Finde ich gut, Alter. Desto mehr, desto besser. Und wenn ihr auch selber YouTuber seid, dann noch besser. Ist auch gut für euch, denn ergo, wir bekommen mehr Zuschauer. Ergo, ihr bekommen mehr Zuschauer, bzw. mehr Abonnenten. Wir haben was. Wir haben eine gute Zeit. Genau. Genau. Alle kommen wieder schon wieder. War nicht ready. Äh, ich guck mal hinten, damit die nicht so krass nach vorne kommen. Das ist wirklich, also ihr einziges Ziel ist, uns zu töten, oder? Wir haben nicht irgendwie ein Ziel, etwas einzunehmen. Okay, ja, gut. Also die Walking Dead mit, äh, keine Ahnung. In GTA. Wir haben ein bisschen zu viel, äh, auch hier. Genau. Ach, schade, komm, dir. Ja, da hinten kommen übel viele, Alter. Wann mal, ich klär da mal ein bisschen dahin. Alter, ich, komm, Alter, was ist los? Ich kann nicht steuern? Er muss mal, ich check's nicht, ah, okay, jetzt hab ich's gecheckt. Aber die Waffe ist scheiße. Oh, oh. Alter, der hat ja nur Shotgun, das hätte bitte rausgehen können. Alter, scheiße. Nein, 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 nein. Ja, der ist aber noch. Bist du tot? Noch nicht. Kann ich die Mauer hier kaputt schießen, Alter? Ich komm hier nicht mehr raus, Alter. Nein, kannst du nicht. Oh, nee, ich hab ihn verlassen. Egal, easy. Ja, muss ganz schön wieder zurück. Oh, so. Komm schon. Erweck dich wieder zum Leben. Ja, let's go. Oh, ich bin Lucifer, ich kann nicht sterben. Wie viel, wie, äh, wie, 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 wie viel Tawelle waren wir letztes Mal? Also bei dir, bei deiner Folge? Ach, äh, weiß ich grad gar nicht. One Sniper, oder? Dritte, dritte, vierte? Dritte oder vierte, irgendwas so. Ja, okay, jetzt sind wir ja bei der vierten, oder? Ja, jetzt müssen wir gleich bei der vierten sein, ich bin gar nicht sicher. Bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Okay, jetzt kommen die Leute, die spawnen ja schon in unserem Gebiet. Ja, ja. Alter, hast du die Sniper geholt? Ah ja, oder? Ja, ja. Lucifer mit dem G. Oh Gott. Also wie die auch immer wieder aufstehen? Oh, da hätte ich einen Shotgun. Alter, das hätte gefährlich werden können. Oh, wolltest du mich gerade schlagen? Nein. Nein, nie im Leben, oder? Oh, Alter. Oh, ich bin ein bisschen lowlife. Wir denken gleich. Hast du noch irgendwo ein, äh, ein Dings? Ach du, die sind da wieder drin. Alter, vorne hat's noch ein Helim-Dings. Irgendwo. Oh, jetzt kommen Helikopter, ja. Ja, ich kümmere mich, ich kümmere mich mal um die da oben. Kannst du da unten schauen? Ah, ich muss, ich muss, ich muss. Ach du, oh Gott, Alter. Der Hinterteil wäre fast auf dich gefallen, ey. Ja, da, ja, ja, toll. Jetzt ist das unter dem Brennen. Ah, nee, da vorne hat's noch so ein Medikid. Ja, komm, mach's Klappchen hoch. Warte, ich geh, ich geh klären. Dann kannst du dir das Medikid dort gönnen. Boah. Ja. Boah, jetzt kann ich's doch selber auch gut vertragen. Mal, aber erstmal hier kurz gucken. In dem kommen auch schon wieder Leute. Alter, nein, ich bin lowd. Nein, scheiße. Ah, warte, warte, warte. Ja, du musst regeln, Alter. Ja, warte, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich bin los, weil niemand liegt mit mir an. Du schaffst das. Warte, ich will jetzt auch mal diese Fernsehperspektive ausprobieren. Alter, ist das geil unten mit diesen News, Alter. Alter, dein Anzug ist komplett verschmutzt. Ach du, neben dir, neben dir. Oh, gut, Alter. Scheiße. Nein. Was ist los? Ah, schade. Schade, schade. Aber wir haben schon wieder Welle erreicht, wie vorhin. Aber diesmal gab es viel mehr, gell? Ich glaub, ich hab ein paar Schnapp gedürgt. Ich bin aufs Handy gekommen und hab dann ein paar Schnapp gedrückt. Ja. Oder? Ich bin gar nicht sicher. Ja, nice. Egal. Ja, auf jeden Fall, Leute. Erst was mit dieser, keine Ahnung, so ein bisschen zum Reinkommen, einfach mal das ganze Projekt zum Ankündigen. So eine kleine Folge. Genau, ja, auf jeden Fall schaut unbedingt bei Daydreamer dabei. Er ist in der Endcard plus in der Videobeschreibung. Mal gucken, vielleicht auch nur eines davon. Ja, auf jeden Fall war es mit dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo und ein Like da lasst. Und wenn ihr das Projekt verfolgt, ähm, ja, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.